so jetzt muss ich auch sehen die Ferne mit Adventur klar aber du hier Adventur ja schön wenn du dein Adventure geht zu Schini ach so ja genau ja Schiengepräger Erbsens Adventur also guten Tag Regel TXT das hast du grad nicht Story TXT ja die muss ich doch schreiben man können wir uns doch schön vor den Kamin schlägen so it's the kitchen I sit in the kitchen ich sit im Knast ja ja das ist das das ist so zu tun und nicht wollen werden mobile uhr die es geht die die da muss dort wurden auf die Dachboden Lütz 1 die doch und die 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 Spinnen bewegt da muss die die 8 8 8 8 so Schwestern Schwestern und zu Das wäre ja auch irgendwie sinnlos, wenn du die gleiche vorne hinmachst. Nein! Es geht nah! Hä? Ich kann doch die Giste gar nicht öffnen. So. Ich habe einen Weg gefunden. Ich werde mich durch den Urweil boxen. Ich habe den Weg. Ich habe es getan. Oih! Ich muss die über den Spitzungsweckflag nicht mehr davon drüben. Genau. Ach so. Sag das doch gleich. Ich kann nicht noch durchlaufen, oder? Ja, ich kann noch durchlaufen. Nee, kann ich nicht. Den muss ich weglaufen. Ja, den wird drüber weglaufen. Was geht die Giste an? Sehr logisch. Aber irgendwie war es auch logisch, dass du die Giste hier meinst. Weil die anderen Kisten, die er jetzt ja gleich gesehen ist, wäre er sinnlos gewesen. Hä? Was glaube ich eigentlich weg? Schön wäre. Seht man doch, du Genie. Aber ich sehe keine. Ja, die sind ja wie die Spierkisten. Deswegen holt man sich eigentlich am Anfang auf die Rüstung wieder runter. Wo? Im ersten Haus, du Genie. Im ersten Haus nach dem Rüstung? Naja. Wenn du mal in die Kisten gucken würdest, dann würde man... Doch, Kisten? Ich habe in jeder Küche eine Kiste gestellt. Naja. Ich muss hin. Du Genie. Ja, ich renne gleich zurück. Ich werde eine Spitzachs... Ne, Spitzachs nicht. Spitzachs. Ähm. Warte, nur Rüstung und ein bisschen Futter. Ja. Zwei Gitter. Welle Wahnsinn. Ah, noch zwei. Scheiß. Ich wette, man ist auch leer. Ich hole erstmal Spitz. Dann geht das vielleicht etwas leichter. Na, du altes Schweinchen. So. Durch, da lang. Kundi. Da schwebt ein Baumstämmer. Ja. Das hatte ich nur das Bauwerk zu tun, die ich schon nicht geschrieben habe. Achso. Die Story. Unendliche Eins. Ah. Kisten. Uh. Nur eins von jedem, du Genie. Achso. Sag das doch. Stand und regeln. Oh. Sag das doch. Häh. Ja, jetzt habe ich nur jeden eins. Die Rüstung musst du anziehen. Ach, die Rüstung muss ich anziehen. So. Nein, es zieht sich nicht so an. Ja. Ist doch alles okay. Mal kann man kurz aussehen, wenn man nicht mehr spielen könnte. Ja. So. So. Also wie so ein Verschnitt. Mal. Ja. Auf zum Haus. So. Auf zum Haus. Zu dem großen Form. Nicht. Ach. Nee, nee. Nee, ich muss erst mal die. Hey, ich war ja schon. Ja, genau. Genau. Also muss ich jetzt nur den. Der große Tom. Der große Tom. Den Sieg mal. Ah. Und dauernd auf voller. nicht ich muss nicht anmachen was bei einer Erdkontakt hier hat auch die Sprengung auch die Eisen und Abbau drüben ich hab's dabei er hat als erledigt auch mit Kölner vielleicht Griechschutz abgebaut die nicht gleich kaputt nil ja und die weiß ich nicht ich habe den Eingang so evil chicken ein nassen Drehbaum ich bin gar kein Vorfall hau auf mich oh ich habe Kopfschmerzen es wird Licht ich sehe Licht am Ende des Tunnels auch wir sind schon da ein Feuerzeug ein Feuerzeug ein Feuerzeug ein Feuerzeug ein aufklettern oder Feuerhainer ich mache Feuer du spitzachst doch nicht klack und so sieht hier wie man stirbt he 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 ich bin aber nicht so blöd und mach das vorsichtiges Feuer das kann man hinter dringt Ach so, sagst du doch. Das weiß nicht jeder. So, und jetzt? Musik. Jetzt gehst du eine Art Kiefer. Eine. Ein Zeug. Können probieren, aber geht jetzt auch. Auf dem Weg. Drehwurm wieder zurück. Nee, ich hab einen Drehwurm. ich habe es nicht vorweg zu schmeißen ja und wo war jetzt der sie na immer Willkommen. Nein. Gegen Kürchen. Cool to cool. Was steht dieses Gesicht drauf? E. 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 Wo geht's denn mit dem Pfeiler? Du hast nicht gesagt im Boden, Hermann. Ich mach ganz wunsch auf der Pfeiler..